Nummer 5 Geeignet für Erwachsenen- und Kinderfahrradrahmen mit Rohrdurchmessern von 22 mm bis 43 mm Durch die Anordnung der Fahrräder in Formation mit abwechselnden Lenkern können mehrere Fahrradträger montiert werden. Mit den mitgelieferten verstellbaren Riemen lassen sich die Räder des Fahrrads in den beiden Halterungen fixieren. Ausgestattet mit einer U-Klammer zur Anpassung des Fahrradträgers an verschiedene Typen von Paketstangen mit einem Durchmesser von bis zu 55 mm. Dieser Fahrradträger muss auf einem Paar Autodachschienen montiert werden. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4 Dachfahrradträger mit Gabelbefestigungssystem Besonders geeignet für Rennräder und Mountainbikes. Auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet. Die Schiene ist mit Antikratzpulver lackiert. Es kann ohne Werkzeug repariert werden. Die Beschläge sind rostschutzbehandelt und die Bänder sind auf eine Belastung von je 150 kg getestet. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3 Dachgepäckträger Fahrradträger geeignet für alle Arten von Fahrrädern. Kann auf Dachträger mit einer Breite von bis zu 55 mm montiert werden. Er hat eine überdimensionale Radablage, Sicherheitsgurte, die bis zu 150 kg getestet sind. Kann ohne Tasten verwendet werden. Die Stäbe sind nicht enthalten. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 Peruzo Motorradträger für Automodell Unibike Er ist mit einem Sicherungsband mit rostfreien Schrauben ausgestattet. Die Gurte sind auf eine Belastbarkeit von je 150 kg getestet. Fixierung mit Schlüssel Fahrradträger mit Zubehör. Er ist aus Stahl gefertigt und mit einer Kurbelbefestigung versehen. Es hat eine maximale Belastung pro Fahrrad von 15 kg. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Thule Fahrradträger für das Dach Modell ProRide Positioniert Ihr Fahrrad automatisch dank der einzigartig gestalteten Rahmenhalterung und Radablage. Ermöglicht die einfache und schnelle Sicherung Ihres Fahrrads. Der Halter lässt sich leicht an den Rahmenrohren Ihres Fahrrads befestigen und minimiert so das Risiko von Rahmenschäden. Ihr Fahrrad kann dank der unteren Klammern nicht herunterfallen. Die Räder werden in den elegant gestalteten Halterungen mit Schnellverschlussbändern sicher befestigt. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.